Russland hat eine mutmaßlich ukrainische Drohnenattacke auf den internationalen Flughafen in Moskau abgefangen. Laut russischem Verteidigungsministerium wurde ein Terroranschlag abgewehrt. Bei Drohnenangriffen auf die russische Region Kursk sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut dem Gouverneur von Kursk wurde nach den Einschlägen ein Feuer entfacht. Am Samstag hatte eine russische Rakete ein Theater im ukrainischen Tschernihiv getroffen. Dort soll eine Ausstellung von Drohnen organisiert worden sein. Volodymyr Zelensky, der nach seinem Besuch in Schweden die Niederlande bereist, erklärte, die Soldaten der Ukraine würden die Terrorattacke Russlands sehr bald beantworten. Zelensky traf den niederländischen Regierungschef Mark Rutte, der der Ukraine F-16-Kampfjets zugesagt hat. WDR mediagroup die Technik und die Niederlande bereistigt. Vielen Dank.